So, hallolöchen Leute und herzlich willkommen hier bei Frontline Zero War und heute fliegen wir mal etwas beim Helikopter rundherum So, nochmal eins weg Zweiter Panzer weg, aber wir sind irgendwie immer noch die ganze Zeit Die haben sozusagen Luftabwehr Einfach ein bisschen rumfliegen, vielleicht können wir damit ausweichen So, jetzt ist nur noch ein Pflanzer übrig, dann haben wir die schon mal weg Also, ich finde Das Schöne ist, Helikopterfliegen ist hier bei dem Spiel eigentlich genauso geil wie bei Battlefield 2 ist das Ist richtig cool eigentlich So Ich war mal vielleicht mit der Artillerie weg Müsste auch nicht mal eine stehen, oder? Da ist nur noch ein Panzer So, Artillerie ist auch schon mal weg Ob das wohl auch klappt, dass man einfach hier oben drauf, äh Landet Wow Das klappt ja tatsächlich, hätte ich gar nicht erwartet Wie geil ist das denn, mal bitte Jetzt muss ich nur schnell hier weg Oh, shit, Hilfe Ach guck mal, wir haben sogar jetzt einen mit bei uns drin, wir müssen nur gerade erst mal Reparatur und Muni holen Ich hab natürlich gedacht, dass es irgendwie nicht so einfach wird, im Endeffekt So Wir sehen das einfach von überall kommen Warum kann ich nicht mehr schießen? Ah, okay, da ist meine zweite Waffe Ach, ist mal gut zu wissen, wo die ist Einfach mal ein bisschen aufräumen hier Was ist besser als ein Heli, äh, eigentlich kaum was Jetzt dadurch, dass der Typ noch bei uns mit drin ist, ist es noch besser So, und den kriegen wir bestimmt auch noch ausgeschaltet Okay, wir haben ein Problem Fuck you So Und der Heli hat, den hat erwischt, da haben wir, den haben wir jetzt leider doch zerstört Das heißt, also wir müssen das jetzt so einnehmen, aber ich denke mal, das kriegen wir auch noch hin So Irgendwo muss ich ein Sniper gewesen sein Wir sind auch noch ein Special Ops Typ Das finde ich am besten, weil die Waffe ist sehr präzise Wow Hey, hört auf auf mich zu schießen hier Wo sind sie denn? Okay, den treffen wir eh nicht So, das haben wir auch weg, sehr schön Die Waffe nehmen wir mal auf Okay So, ich hole jetzt erstmal den ganzen Rest raus Erstmal auf alle drauf hier Das ist natürlich ziemlich geil Ach, da ist das Ding Geiler Scheiß Scheinmal kriege ich keine Munition mehr Ja, ist Munition leer Verdammt Kriege ich dafür auch nochmal Munition? Nein Schade, jetzt habe ich es komplett aufgebaut Das hatte ich gar nicht gedacht, dass es auch so schnell möglich ist Okay So, das heißt, wir müssen uns jetzt weiter nach vorne verschlagen Irgendwo in Deckung Irgendwo einfach erstmal in Deckung Eins nach dem anderen Hier oben muss auch noch wer sein Okay, noch eins höher Genau, schieß einfach mit dem Raketenwerfer rum Äh Hier wurde scheinmal immer gegessen Das nenne ich mal eine präzise Waffe Ey, ist ja Wahnsinn Aber die ist wirklich sehr präzise Nice Ähm, okay Hier springe ich vielleicht doch nicht runter Das lassen wir am besten Würde ich sagen Wir gehen jetzt einfach mal weiter Wir haben jetzt hier aus der Entfernung alle weggemacht Das heißt, wir können das erstmal einnehmen Können gleich den Panzer für die nächsten Ecken nehmen Was hoffentlich praktisch ist Hopp, weiter Uh Auch schön Das wird uns Wir nehmen das mal ein Okay Ja, ich mag Panzer So Der trifft doch gar nicht Ist noch besser Aber wir treffen Das ist das Wichtige Ist auch schön, dass jetzt einer bei uns Mit oben drauf ist, übrigens Und der kann immer noch nicht vernünftig schießen hier Der trifft ja gar nicht Na jetzt sowieso nicht mehr, ne Irgendwann hat es den dann zerlegt So, der gehört zu mir Ups, Entschuldigung So, weiter geht's Da oben schießen wir mal rein Jawohl, da haben wir jetzt gerade mal Einfach mal kurzfristig alle zerstört Alle richtig schön erledigt Jetzt kommt der Rest Da oben drauf Jetzt nicht mehr So, hier nehmen wir jetzt aber auch so Dann sind wir aber sicher das eine So, fix mal nachladen Ich hab gedacht, ich hätte nachgeladen Sehr schön So, der ist auch weg Wunderbar Da jetzt müssen wir erst mal das hier kaputt machen Das kriegen wir aber auch noch hin Placing Demolition Charge Deal Nein, wir machen hier ein Deal So, dran damit Weg hier Was, Ambush? Wo? Ambush? Ich hab nur hier darauf gewartet, dass wir hier alles kaputt gemacht haben Jetzt kommen sie ja alle raus Ja, ja Gefuchst sind die Gefixt, gefuchst, geflaxt Noch jemand da? Sieht nicht nur noch aus, dann können wir weiter nach oben Wo war hier noch wer? Da Irgendwie mussten wir den jetzt nicht fertig machen Von daher Einfach drauf Irgendwann trifft man den dann da oben schon Okay, ja Wir kommen nicht durch So ein Scheiß Und kaputt Jawoll Da würde ich sagen Los geht's, ne? Ab in den Kampf Erstmal hier rein Wir gehen am besten mal nach oben Oben gibt's vielleicht ein Sniper Rifle Das wär natürlich sehr nice Da kann man vielleicht dann auch ein bisschen mehr machen Okay, gibt's nichts Dann einfach mal hier oben aufs Dach Hier ist ja kaum einer Dann nehmen wir das doch einfach mal ein, oder nicht? So Wir nehmen erst mal den Motorpool ein Wow Oh man Na Da ist noch einer So Komm schon, komm schon, komm schon Jetzt seh ich nichts mehr Der ist weg Da ist schon einer unserer Komparsen dabei Sehr gut, dass er gerade getroffen wurde Dadurch konnten wir einfach mal weiter reinrennen Der passt sehr gut Ist auch nichts mehr an Ah Hier ist ein Sniper Rifle Sehr schön So So Dann schmeiß wir an Wo ist hier noch einer? Hm, okay Dann scheint auch keiner mehr zu sein Hier noch Stimmt irgendwo So Du bist weg Dann können wir das hier einnehmen Und dann haben wir das hier einnehmen